So, bei mir ist jetzt Guido Habscheid, Trainer des SV Rot-Weiß-Wittlich nach dem 4-2-Auftaktsieg hier in Au gegen die SK Schneifel. Ja Guido, Auftaktsieg nach dem Aufstieg hier direkt in der Rheinland-Liga gut angekommen. Wie bewertest du den Auftritt heute von euch? Ja, wir sind natürlich erstmal sehr glücklich über die drei Punkte, die wir zum Auftakt geholt haben. Wir hatten uns natürlich viel vorgenommen und ich denke, wir haben das auch über 90, ich glaube sogar mal mit 97 oder 98 Minuten gespielt, gut auf den Platz bekommen. Die Jungs haben wirklich ihr Herz hier gelassen und haben sich auch von der einen oder anderen Störung, die im Spiel vorkam, mit provozieren lassen und wir haben hochverdient gewonnen. Klar und auch wenn man sieht, wie die Tore rausgespielt waren, wir hatten auch weitere ganz ordentliche Torchancen. War wirklich ein richtig gutes Spiel von uns. Alles klar, hast du Verbesserungsbedarf trotz des Sieges gesehen oder Bereiche, in denen ihr auf jeden Fall noch nachlegen müsst? Ja, es gibt immer Verbesserungsbedarf. Wir haben zwei Tore kassiert, die waren beide unnötig gewesen und wir hätten auch das ein oder andere Tor mehr schießen können, also wenn wir unsere Chancen vielleicht noch ein bisschen konzentrierter ausgespielt hätten. Alles klar, Dankeschön und viel Erfolg.